So, Leute, es ist Zeit für Let's Play Dead Space! Ups, falsche Taste. Nein, falsch. Was soll das? Ah, ich glaube, ich muss das Ding nehmen. Was? Das sollte eigentlich gehen. Heftig. Ah, okay, so geht's. Ja, wunderbar, wunderbar. Äh, Waffenwechsel bitte. Danke. Hm, so. Mal sehen, was uns in dieser Folge erwartet. Auf jeden Fall, eine weitere Tür durch die Wege gehen können und ich habe Angst. Hm, wenn sie sich in einem Vakuum befinden wird... Oh, cool, wir haben nur begrenzt Zeit. Kanister nachfüllen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach so, dann war das eben das Vakuum da. Wir haben noch 50 Sekunden, dann sterben wir hier. Ähm, hier ist eine Tür. Ja, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Alles, alles gechillt. Rein, renn. Müsste er ja nicht eigentlich mehr Luft verbrauchen, wenn er rennt? Egal. Ah, okay, geschafft. Hier ist auch noch Vakuum. Ach so, ja, ich weiß. Schleuse. Schwerkraft. Es fliegt alles. Es fliegt alles. So, und dann... Wuss! Oh, okay. Ey, das ist cool. Das gefällt mir jetzt schon. Wo müssen wir denn hin eigentlich? Ich glaube, wir müssen... Ne. Ähm, wo sind wir denn hier gekommen? Da können wir schon mal nicht hin. Ich glaube, das brauchen wir. For some reason. Wo sollen wir denn hin, meine Freunde? Wo müssen wir hin? Müssen wir da oben wieder hin? Kann ich da hin? Ne, ich denke nicht. Ähm, ähm, wo soll... Ich muss mich verschieben, da. Ach, ich muss dich da rein. Ich muss dich da reinschieben. Ich habe gerade keine Ahnung. Kann ich die Teile auch irgendwie wegmachen? Ne, geh weg. Was bist du denn? Oh, ha. Cool. Ah, ich habe gerade keine Ahnung, was ich... Ah, aber du... So. Hier hin. Kaputt. Und was haben wir drin? Cash. Cash ist immer zu gebrauchen. Ich weiß gerade echt nicht, was ich tun muss. Da oben ist noch ein Elektro-Ding. See? Wieso habe ich auch so random bin ich irgendwo hingesprungen? Das hätte richtig ins Auge gehen können. Und was ist denn da unten? Sturm? Hm. Ich kann, glaube ich, nirgendwo anders hinspringen, oder? Komme ich da oben wieder hin? So rum vielleicht? Ne. Ach, da vielleicht? Ne. Anscheinend auch nicht. Wieso kann ich nirgendwo hin? Wollt ihr mich verarschen? Hä? Ah. Okay. Ich kann also irgendwo in diesen Raum springen. Ähm. Ähm. Das Blut. Wollen wir denn Blutspur nach? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich gehe erstmal hier rum. Denn hier war es. Was ist denn hier? Hier ist eine weitere Tür. Die wir nicht... Ach, ich weiß, ich weiß. Äh, ach. Ich muss... Ah, okay. Der blaue Streifen, der macht Sack. Wir müssen da hoch. Dann fliegen wir doch schon mal. Wuii. Klatsch. Äh. Nein. Zack. Wundervoll. Klappt ja wie ein Schnürchen. Ach, wir brauchen... Okay. Ich hätte dich ganz gerne noch mal her. So. Da rein. Hey! Komm hier sofort wieder her, mein Freund. Aber ganz zackig. So. Jetzt gehst du da. Ich schelle ich's. Dankeschön. Dass der tatsächlich der Autor winken ist, ist nur okay. Ende der Schwerelosigkeit. Oh, schön. Ende der Schwerelosigkeit. Munition. Munition ist immer gut. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Äh, die schwere Monster? Wo denn? Hä? Ach, da. Wie bin das? So, ganz einfach. Noch mehr von der... Ah, fliegen wir nach. Gute Sache. So, das war's mit euch, würde ich sagen. Deswegen jump jetzt erstmal in die Decke. Wuii. Das macht Spaß. Und wir müssen zu welchem? Zu dem. Okay. Das heißt... Hier hin. Zack. Mach auf da. Das ist öffnen. Los jetzt. Danke. Schön. Ende der Schwerelosigkeit. So. Jetzt sind wir wieder im Wacken. Keinerlei Luft hier. Ich könnte mir eigentlich... Aber Gegner hier. Oh, das ging schnell. Ähm. Eigentlich könnte ich mir ein Eimer Vakuum mitnehmen. Denkt ihr nicht auch? Ha, 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 ha. Wie viel Munition habe ich noch? Vier. Ja, das reicht. Oh, Mensch. Geh weg. Danke. Mach auf da. Fünf. Okay. Öffnen. Dankeschön. Ah, Speicherstuhl. Den hier brauchen wir jetzt nicht. Wir müssen... Wo müssen wir denn hin? Der blaue Streifen, der macht sagt uns hier lang. Okay. Werden wir ihm einfach was vertrauen. So, hierher kommen. Und den wunderbaren Versuchung benutzen. Und erstmal dich töten. Wir haben mich alle erschreckt hier. Ihr seid alle nicht tot. Hey, mein Freund. Ist klar? War ich da eigentlich schon drin? Ich bin mir nicht sicher. Deswegen check ich das jetzt erstmal. Gut, hier war ich schon drin. Drei Schuss noch. Drei Schuss sind genug, um einen Gegner zu töten. Oder vielleicht sogar drei. Man weiß es nicht. Das ist verschlossen. Ah, ja. Setz mal einfach ein. Mach mal auf. Fertig. Was haben wir denn hier? Wie schön ist es? Ah, Gold irgendwas. Was ist das? Nehmen wir auch mit. Inventar ist voll. Wir sind die ersten Zeugen. Matthias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit. Mach aus. Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Hörsen Sie sich zusammen. Ih, ih, ih. Wie widerlich. Bin ich, ich bin tot? Die haben mich doch nicht gerade gefressen. Uah, wie fies. Wo bin ich jetzt? Gewökt! Scheiße, falsch dachte. Mach die Biege. Ist das widerlich. Ich hoffe, davon kommt nicht noch mehr hier. Ih. Ist das. Bah. Das ist nicht nett. Das ist auch nicht schön. Die Viecher sind widerlich. So, jetzt müssen wir unser Schockmodul hier einsetzen. Zack. Oh, und was passiert jetzt? Jetzt geht's jetzt auch hier. Jetzt geht's auf. Okay, schön. Wunderbar. Erstmal nachladen. Ach, wir wollen in eine Leichenhalle. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest. Drücken Sie ihn nach unten. Himmel. Die Ende der Aufzeichnung. Ich bin sicher, dass Sie hier irgendwo ist. Ich hatte flimmernde Lichter in dunklen Räumen mit Krabbel-Fiechern. Ich kann noch nicht nachladen. Das heißt. So. Ich bist tot. Aua. Ups. Ups, ups, ups. Ah, ah, ah. Okay. Hätten wir das erledigt. Hier liegt noch Munition. Wie viel habe ich noch? Ah, jetzt lädt er nach. So. Zwölf haben wir jetzt wieder. Okay. Hör ich hier irgendwas atmen? Ich höre hier doch irgendwas. Hört ihr das auch? Was haben wir hier? Sauerstoffstation. Okay. Ah, die Aufnahme ist mir kurz abgebrochen. Scheiße. Egal. Nichts so wild. Merkt man eigentlich kaum. Hätte ich nichts gesagt. Ah, aber es leckt so sehr. So, jetzt passt das wieder. Ähm. Wo müssen wir denn das Elektro-Ding hier einsetzen? Da. Ich höre hier doch eindeutig irgendwas atmen. Ey. Ey. Danke. Ach, jetzt haben wir hier Licht. Okay. Nichts besonderes hier. Ich wette hier. Wo denn? Wo bist du? Komm her. Ich bin bereit. Oh. Oh. Oder vielleicht auch nicht. Ich bin bereit. Drecksviecher. Was haben wir da? Steinmotionsklimmter. Ja, das hast du voll lieb, mein Freund. Uhuhuhuhu. Hi. Nicht nett. Nicht nett. Von hinten auch noch. Nein. Ups, keine Munition mehr. Lade nach, lade nach. Nein. 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 Puh. Lebst du immer noch? Ach, das ist das Neues. Heftig. Das war nicht nett. Das war gar nicht nett. Ist hier irgendwas? Irgendwer? Irgendjemand? Ne, hier ist bloß viel Munition und viel Zeugs. Und Steinmunition ist jetzt erhältlich im Laden. Wunderbar. Credits sind auch immer gut. Plasma-Schneider-Munition. Laden wir auch gleich mal nach dem Plasma-Schneider. Ah, hier liegt so viel. Vorsicht. Ich meine, wir sind in einem leichten Schauhaus. Hier muss irgendwas rumlaufen, das uns Aua machen will. Du bist mir nicht geheuer. Hallo, kann mich jemand hören? Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Kassen im Inneren der Wände. Hallo? Wer ist da? Sind Sie Arzt? Oh, ich kenne Sie doch. Uh. 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 Hilfe. Ich brauche Hilfe. Hilfe. Noch mehr? Ach du auch. Ah, was ist hier los? Geht weg. Shit, daneben. Mann, das leckt hier gerade so leer. Die Aufnahme wird total scheiße. Mit 23 Frames maximal hier. Was ist das? Jetzt sind wir wieder auf 60. Okay, was haben wir hier? Plasma. Munition. Oh, Plasma Schneider. Ja, dann musst du den Plasma Schneider halt mal verwenden. So, nachladen. So, passt. Schön. Jetzt haben wir schon die 15 Minuten ganz überschritten. Aber ich glaube, das kümmert euch nicht so sehr. Stahlschneider Munition. Oder Stahl Munition, wie auch immer. Ja, wir haben noch ein Medikett, das ist gut. Oh, das war ein großes. Das ist gut. Gucken wir mal, was hier hinter ist. Was? Das sieht nicht nett aus, was du mit ihm machst. Aha. Oh. Ja. Gut. Die wird uns wohl nicht zum Problem. Oh, und da ist auch schon der Safe Point. Das heißt, wir werden an dieser Stelle Schluss machen und sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Dead Space. Bis dahin.